Auf jeden Fall, die Herzchenwelle bitte einmal in den Chat. Jetzt geht es um die Wurst. Hier ist jetzt die deutsche Elite mit XR Level Asian. Hallo? Es geht um die Wurst, Muchachos! Bökenwurst? Kein Kontakt hat er geschrieben. Okay, ich sehe die Herzchen. Okay, ab geht's. Okay, wen haben wir dabei? Schauen wir mal nach. Wir haben dabei... Olev. Der aussieht wie ein Säufer. Ghost. Der aussieht wie Deko. So, Trail ist eben Trail. Anime-Fan wie eine junge Lady. Oh, mit ja. Ah, hallo? Ah, Deko. Ah, Deko, ja. Einige Leute. Einige Leute. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier rasieren. Wir sind die Wurst, auch immer noch. Also, im Brief. Wir sind die Wurst. Wir sind die Wurst. Wir sind die Wurst. Ja, sie sind die Wurst. Aber wir sind die Wurst. Aber wir sind die Wurst. Und die Wurst. Das sind die Wurst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.